Ich war dann eine Szene, wo ich Koks ziehen sollte, beziehungsweise so tun sollte, als wenn ich Koks ziehe. Und da ich ja mit solchen Sachen überhaupt noch nie Erfahrung gemacht habe, war das für mich dann total schwer, mich in so eine Rolle reinzuversetzen, in jemanden, der Drogen nimmt. Aber es hat Spaß gemacht und ich könnte mir das in Zukunft öfter vorstellen mit dem Drogennehmen. Äh, mit dem Synchronisieren, Entschuldigung. Äh, mit dem Synchronisieren.